Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Diesmal habe ich mich mit der Planung und der Anbringung meines AirAssists beschäftigt. Ich habe mich für eine Anbringung entschieden, die schon vorhanden ist, die Schrauben für die Blende. Basismaß ist also der Außendurchmesser der Blende. In einem 3D-Programm habe ich mir dafür ein Modell konstruiert und ausgedruckt. Ein kleiner Trichter mit verjüngtem Auslast für den Laserstrahl, seitlich der Aufsatz für den Schlauch. Nicht schön, aber selten. Das Modell haben wir nun im Tausch gegen die Blende eingesetzt und mit den seitlichen Schrauben befestigt. Da die Zuleitung des Lasers von rechts kommt, richten wir den Schlauchaufsatz in die entgegenkommende Richtung ebenfalls nach rechts aus. Der Schlauch sitzt fest und ich kann auf eine Schlauchklemme vorerst verzichten. Um den Schlauch später gut mit der Zuleitung laufen lassen zu können, habe ich mir noch eine ganz simple Führung konstruiert und über die Schutzplatte am Laserkopf mit den vorhandenen Schrauben befestigt. Hier sollte man aufpassen, die Schrauben sind sehr lang und werden über acht kleine Abstandshülsen über der Platine und zwischen der Platine und dem Lüfter positioniert. Beim Herausschrauben fallen die Hülsen dann sehr leicht raus. Den Schlauch habe ich an meinen süßen kleinen R-Kompressor gesteckt. Ich habe ihn zu Weihnachten bekommen, danke nochmal. Er ist sehr laufruhig, die Füße sind gummiert, so hat er einen festen Stand. Auch wenn er nicht brummt, ist er später nicht die Haupt-Lautzei-Quelle. Den Schlauch habe ich zu Testzwecken erstmal nur mit einem Schnürsenkel befestigt. Aufgrund zu starker Hitzeentwicklung darf man nie ohne die Luftzufuhr lasern. Daher habe ich den Kopf noch einmal abgeschraubt und meinen alten Gravur-Parameter-Test gemacht. Lediglich den Schlauch habe ich in der Führung gelassen. Anschließend habe ich das Modell wieder angebracht und die Gravur mit dem R-Assist wiederholt. Im nächsten Schritt habe ich einen Schnitt-Parameter-Test gemacht. Soweit war alles prima, die Schnittergebnisse hatten sich verbessert und ich dachte, läuft. Mit meiner grünen Brille und dem Tablet zum Aufnehmen davor habe ich das wirklich nicht gesehen und immer weiter gemacht. Ergebnis, der Schlauch war so steif, dass die freie Fahrt des Lesers ständig abbremste. Alles war versetzt, Kreise waren nicht mehr rund und mein Rahmen hatte Wellenlinien. Auf dem Video, was ich gemacht hatte, konnte ich später auch noch Funken fliegen sehen. Ich hatte meinen Schlauch in einem Spontankauf nur noch nach dem Durchmesser und nicht mehr nach dem Material gewählt. Ja, ich hätte es besser wissen sollen. Es musste schnellstens ein neuer Schlauch her. Ein Silikon-Milchschlauch 8 mm. Eigentlich war ich mir sicher, dass es ziemlich einfach wird. Mein Modell habe ich überarbeitet. Die Trichterkammer ist entfallen. Dieses verhindert einen Rückstau von Rauch, Luft und Hitze. Stattdessen biete ich dem Aufsatz nun etwas Luft. Den Schlauchaufsatz habe ich mobil gemacht und drucke ihn separat. Das Handling finde ich schöner, gerade der Abbau des Laserkopf wird dadurch leichter. Das 3D-Modell habe ich stehend gedruckt, ohne Supports. So kann man hier auch die nicht ganz sauberen Bridging-Layer sehen. Den kleinen Aufsatz kann ich nun einsetzen und das Modell für den AirAssist am Laserkopf befestigen. Ein guter Zeitpunkt zum Erwähnen, dass dies nur mein Versuch ist. Ich übernehme keine Garantie, man sollte immer äußerst vorsichtig damit umgehen. ABS zum Beispiel kann sehr schnell brennen und der Rauch ist wie bei allen Kunststoffen gefährlich. Auch wenn PLA nicht ganz so reagiert, bitte sehr vorsichtig sein. Mein inzwischen liebgewonnenes Birkenholz mit einer Stärke von 4 mm habe ich nun im nächsten Test auf seine Schnittparameter getestet und einen kleinen Gruß für euch damit erstellt. Meine Schnittparameter haben sich deutlich verbessert, aber in den letzten Schnittrunden verlor der Laserkopf kleine Krümel, erzeugte eine Wellenlinie und die Schmauchspuren erhöhten sich. Auch hier war ich froh, dass mein Video genau in dem Moment lief, so konnte ich schnell den Fehler finden. Der Laser lief einfach zu dicht über dem Brett, so dass ich das 3D Modell noch ein wenig einkürzen musste. Jetzt musste noch etwas für meinen neuen Schlauch gemacht werden. Da er nun extrem weich ist, knickt er sich am Schlauchaufsatz. Also habe ich ihn abgerundet. Ausgedruckt, aufgesteckt, eingebaut und eingesteckt. Der Schlauch läuft nun fließend hoch über die Führung. Mein AirAssist ist fertig. Ob mir der AirAssist etwas bringt und ob er wirklich nötig ist, möchte ich noch testen. So, von allen Seiten gesehen, jetzt reicht's. Ich wiederhole erneut meinen Gravurparameter-Test. Textgravuren 1800 auf 65% Leistung und die Farben auf 2400, 1800, 1200, 600 mit jeweils 100% Leistung. Schnitte 600 auf 80% mit 5 Durchgängen. Die Spalten in Leistungsskala der Formeigenschaften der Leistung in Prozent anpassen. Wie ich es in meinem Video für Gravurparameter gezeigt habe. Ich lesere hier auf Pappelsperrholz, man sollte aber für jedes neue Holz die Parameter wieder testen. Außerdem sind sie von Laser zu Laser unterschiedlich. Das Ergebnis ist enorm. Auch wenn mein erster Versuch oben links vom Schlauch verwackelt ist, sind die Schmauchspuren erheblich. Die Gravur unten weist lediglich kleine Schlieren in höheren Leistungsstufen auf. Zum Vergleich habe ich euch nochmal den ersten Test aus meinem zweiten Video rausgesucht. Hier hatte ich zwar die oberen Leistungsstufen ausgelassen, aber ich denke man kann sich die fehlenden Ergebnisse gut vorstellen. Um meinen Gruß an euch nun doch noch fertig zu bekommen, habe ich das R überarbeitet und neu geschnitten. Meine Parameter ihr 300 auf 80% Leistung und nur noch mit 5 statt 6 Durchgängen. Allgemein haben sich die Schnitte um ein bis zwei Durchgänge verringert. Der Schnitt ist perfekt, das Schnittbild ist einheitlich und sauber und die Buchstaben laden zum Spielen ein. Und damit wird es endlich Zeit, euch ein frohes, neues und gesundes Jahr zu wünschen. Bleibt gesund und vielleicht findet ihr ja demnächst auch ein paar Nusshunde. Mein Fazit, der R-Assist hat sich gelohnt. Die Ergebnisse sprechen wirklich für sich. In diesem Video wollte ich euch keine perfekte Anleitung geben, sondern zeigen, über welche Fehler ich gestolpert bin. Meine Dateien dürft ihr euch gerne wieder downloaden. Ihr findet sie in der Videobeschreibung. Wenn ihr mehr sehen mögt, lasst mir gerne ein Abo da. Bis bald. Ganz dicke Dragon-Küsschen.